Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Last of Us Remastered auf der PS4. Ja, im letzten Part sind wir hier in der Uni angekommen und Ellie und das Pferd warten da draußen. Das Pferd hatten auch einen Namen bekommen von Ellie. Ich hab den leider vergessen. Wir nennen den einfach mal Johnny. Johnny und Ellie warten da draußen und ich hab etwas entdeckt. Zwar, da oben, da sind so viele. Aber das sind alles Rana, wie es scheint. Könnten ein paar Klicker sein, aber wer weiß es schon. Auf jeden Fall will ich jetzt probieren, die mal kalt zu machen. Irgendwie. Das sieht mir zusammengetruscht aus. Was? Achso, hier. Kein Saft. So ein Scheiß. Kein Saft. Ich versuch mal den Strom einzuschalten. Gut. Ich muss versuchen den Strom einzuschalten. Meinte Joel. Okay, dann machen wir das. Ich weiß nicht, ob ich von der Seite gehen soll. Da oben könnten Klicker sein. Ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Ich geh mal hier lang. Keine Ahnung warum. Hab mich jetzt einfach hierfür entschieden. Dass ich hier lang gehe. Ja, ne Schottie. Schottie ist gut. Und hier. Ne Schrottflinte. Pillen, oder? Jawohl. Ey Leute. Ich hab 100. Maximale Gesundheit. Auf jeden Fall. Super. Das ist maximale Gesundheit. Ist ja ein Witz ey. Naja, was soll's. Ich kann's nicht ändern. Dann ist das halt eben so. So, so, so. Mal gucken, was hier so abgeht. Ne, da sind, da sind auch Rana. Die da rumlaufen. Ihr könnt mich sehen. Hm, ist das nicht vielleicht besser, wenn ich von der anderen Seite lang gehe. Oder. Hier, ich hab doch. Ich hab doch sowieso immer. Ganz schön viel Munition für das Ding. Ne. Ich knall den einfach mal mit dem Bogen ab. Na komm. Normalerweise so ein Klicker, der sollte doch beim ersten Schuss direkt drauf gehen. Scheiße, ich glaubte, geht nicht hier lang. Oder nicht mehr. Hier sind doch alles Rana. Die krieg ich doch alle alle mit meinem Schottie abgeknallt, oder nicht? Sieht der mich aus dem Fenster? Nein. Idiot. Könnte eine Tussie sein. Eine Infizierte. Fuck off, ey. Haben die mich alle gehört? Ne, nur der. Nur der da. Na, was ist? Weiß nicht, was abgeht, oder? Der weiß nicht, was abgeht. Es waren früher Lehrer. Dozenten. Geht doch direkt hier hin, oder? Ich hab voll daneben geschossen. So ein verdammter Scheiß. So ein verdammter Scheiß. Mann, jetzt laufen schon wieder zwei. Jetzt laufen hier schon wieder zwei. Na, was ist? Bleibst du da stehen, oder was? Dämlich ein Pisser, ey. Na gut. Na gut. Leute, wenn ich leise bin, dann konzentriere ich mich gerade. Gleich, gleich, gleich mache ich hier was. Gleich mache ich hier was. Ich bin mal gespannt, wo dieses Vieh hinläuft. Jetzt laufen die hier zu zweit schon. Fuck off, ey. Mann, die... Ich treffe nie mit dem Bogen. Verdammt nochmal. Ich treffe echt nie mit dem Scheißbogen. Na gut, da sind vier. Hätte ich den Bogen doch lieber verbessert, hä? Ach, verdammte Mist. Es sind jetzt vier. Alter, was soll's, ey. Ich denke mal, wenn ich da hinten, wenn ich da hinten, auf der anderen Seite, da sind ja so Fenster. Wenn ich von da aus schieße, die sehen, die sehen mich ja nicht. Und ich hab so viel Munition für diesen Scheißbogen. Ich benutze den sowieso nicht. Das ist die beste Stelle hier, wo man sowas einsetzen könnte. Und hier kommt noch eins. Oder? Jawohl. Ach, du mieses... Alter, wo hast du denn gearbeitet? Du stinkst aus dem Mut. Hier. 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 Na ja, wenigstens haben... Wenigstens haben die Pistolenmunition verloren. Scheißen Dreck. Okay, ich kann mich jetzt hier in Ruhe umgucken. Was haben wir denn hier? Eine geile Landschaft, hä? Da müssen wir hin. Ja, ja, ja. Ey, diese Scheißbichser, ey. Haben mich gesehen. Fuck, ey. Ah, hier ist sowas. Hier ist sowas für ein Bogen. Oder das ist das, was ich daneben geschossen hab. Und los geht's. Und noch einmal. Du misst. Du sagst es dort. Und los geht's. Und noch einmal. Und jetzt nicht versagen. Jawohl. Läuft. Hier, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Wow. Super. Gut. Jetzt sollte das funktionieren, da hinten mit dem Tor. Ja. Da hab ich nochmal daneben geschossen. So ein Scheiß. So, ein Scheiß aber auch. Also mit dem Bogen, ey. Na ja. Das ist keine gute Idee. Scheiß Bogen. Na ja, ich bin auch mit den anderen Waffen nicht gerade super drauf. Äh, okay, hier. Also. Aha. Alles klar. So läuft man ja hier. Okay, scheint wohl nix zu sein. Also. Hey. Ich hab überlegt, äh, ich wär gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja. Wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein? Das wär cool. Glaube ich. Mhm. Na ja, dann warte mal da hinten noch. Kurz. Ich muss mich mal. Ich muss mich mal hier oben mal umgucken. Ah, du Astronautin. Im Weltall. Ja, hier ist gar nix, ne? Hier ist gar nix. Scheiß Dreck. Ich hab, äh, wie viel, wie viel Zeug hab ich denn eigentlich? Hier zum, äh, zum Waffen verbessern. Würde ich gern wissen. Weil dann könnte ich vielleicht, ähm. Ja, Flammenwerfer. Lade den mal nach. Ich glaub, zurück komm ich nicht, oder? Dass ich den Flammenwerfer noch ein bisschen verbessern kann. Na komm, scheiß da drauf. Mann, verdammt. Falsch. Noch nicht. Alter, lass mich durch. Pferd. Johnny, lass mich durch. Verdammte Scheiße, ey. Zurück. Zurück. Und jetzt nochmal. Ja. Jetzt. Was ist mit dir? Was solltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Ähm, nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Wollt doch mal. Der Joel wollte Sänger werden. Okay. Du Sänger. Na, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Lass mal gucken. Nix. Der Joel. Ein Sänger. Ja, es ist Herbst, Leute. Hier ist Herbst. Aber es ist trotzdem ein geiles Wetter. Auf jeden Fall besser als bei uns. Ne, heute ist bei uns auch ein geiles Wetter. Aber... Mal sehen, wie lange. Wer haben wir denn hier? Gar nix. Das Tor ist verschlossen, aber da waren wir. Ja, da waren wir. Der, komm mal her. Okay, hier ist gar nix. Und Ellie ist da hinten. Okay, das ist gut. Ich glaub... Ne, in irgendein Gebäude konnte ich nochmal rein. Und dann konnte ich so auf dem Dach so ein bisschen mich umgucken. Hier ist nix. Mal sehen, was da ist. Keine Pillen. Scheißendreck, keine Pillen. Hier ist auch nix, oder? Nein. Okay, Ellie, dann rutsch mal. Verdammt, nochmal. Rutsch mal. Genau. Hast du doch gerade eben gesagt. Ist hier irgendwas? Verdammt, ich muss mal nochmal gucken. Ob hier noch irgendwas ist? Nein. 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 Ich glaub, da hinten das Gebäude, da konnte ich rein. Äh, sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Affen. Geile Sache. Komm. Die kleinen Pischaffen. So eins hätte ich auch gern. Gehen wir. Oh Leute, mein Timer klingelt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und tschüss. Jetzt. Vielen Dank.